Adventskalender 2014 von Decathlon 3 Heute am 21. Dezember, dem vierten und letzten Advent Drei Tage vor Weihnachten, sowie zehn Tage vor Silvester Knapp einer Woche vor Verkaufsstart Gibt es den, oder einen Verbund aus 18 Kobaltbombetten von Nico Schön professionell in so einer Pizza-Taxi-Schachtel Steht auch passend drauf, Vorsicht heiß, das passt ja perfekt Und ja, haben wir mit gelber Litze verleitet, immer so ein kleines Loch reingeschnitten In den Karton und die Zündchen durch Und außen rum einmal verleitet Einmal so rum Und die zünde ich jetzt für euch Nico Kobaltbombettenverbund Jo, da hat es ein paar Querschläger gegeben Schauen wir nochmal hin Wie die Batterie aussieht Oh ja Ein bisschen flugelt Glüht noch ein bisschen Stinkt extrem Nach geschmolzenem Plastik Jetzt schaue ich, dass ich das von dieser Pumpe runter tue Bevor die noch irgendwie anfängt zu brennen Naja Bis dann Seht ihr ja ich